Ja, wir sind in einem neuen Level angelangt, der Bunker. Ich schaue mich gerade so ein bisschen um. Ich finde irgendwie... ...habe ich so ein Déjà-vu. Das sieht doch fast aus wie... ...von Toriogro Skater 2 damals, finde ich, das erste Level. Kann das sein? Oh, hier haben wir schon mal ein Car. Okay, wollen wir erst mal ein bisschen umschauen? Oh, Secret Room. Okay. So, was haben wir denn hier? Ich habe schon ein paar Monster. Äh, hier, Getränke-Dinger gesehen. Ich denke mal, die Reifen müssen umfahren. Ich habe jetzt auch noch gar nicht groß geschaut, was ich machen muss. Hier, eins von acht Reifenstapel. Warte, wir schauen nochmal einer. Okay. Ah, hier hinten kommt man dann theoretisch wieder raus. Hier gab es nochmal einen Trick mit dem Heli. Wenn es natürlich so ist wie... ...äh, früher damals. Wobei, es ist schon ein bisschen geändert. Also es gibt auch... ...wenn es... ...ich denke, es ist vielleicht an das Level nur ein bisschen so dran erinnert. Weil es doch ein paar... ...Hallo? Okay. Ein paar verschiedene Sachen sind. So, was haben wir denn überhaupt jetzt? Haben wir schon ein paar Buchstaben? Alter, da oben... ...ist auch noch ein Reifenstapel. Okay. Ich schaue mich natürlich am Anfang immer so ein bisschen um. Also jetzt nicht wundern, wenn ich hier ein bisschen langsamer rumfahre. Warum sind hier zwei so Dinger? Das ist eigentlich auch ganz cool. Komme ich hier durch? Alter, wo geht's denn hier entlang? Okay. Ist das jetzt... ...von dem einen Geheimgang hier? Ja, doch. Ah, okay. Das habe ich gar nicht gesehen. Dass man da rechts auch noch... ...hinten gehen kann. Ja, da war ich am Anfang. Ah, das ist auch ganz cool. Hier haben wir noch... Oh, das S ist da. Okay. Das habe ich mal gar nicht gesehen. Nein! Wow, ganz knapp hier. So, einmal das S. Dann fehlt nur noch das E. Das E habe ich aber, glaube ich, schon... ...irgendwo gesehen. Die Kombo-Buchstaben, die verwirren halt immer so ein bisschen. Wenn man denkt so, okay, hier ist ein Buchstabe. Habe ich das E schon mal wo gesehen? Ich kann auch mal nach der DVD und nach der Kassette schauen. Ah, die Kassette ist hier oben irgendwie. Okay, Moment. Hier ist so eine Grind-Stange. Aber das weicht doch gar nicht vom Springen her, oder? Manual-Missgeschick, ja. Passender Titel. Oder reicht das? Könnte mir das nicht vorstellen eigentlich. Ah, oh! Ah, das habe ich nicht gesehen, dass man hier auch auf die Lampenschiene hier hochgehen kann. Ich habe gedacht, von der Stange aus... Okay. Das ist ja dann schon mal was anderes. Okay, der kann hier... Oh! Gerade gesehen, hier ist noch ein Reifenstapel. Okay. Eigentlich wollte ich ja nach dem E schauen, nach der VHS. Hier oben, weiß ich, kann ich jetzt nicht so hoch schauen, ob da oben noch was ist oder nicht. Hier fangt die Kombo an. Okay. Hier steht DVD. Alter, wie komme ich denn da? Ah, ja, okay. Jetzt habe ich natürlich keinen Schwung. Alter. Ich habe doch gerade gar nichts gemacht. Okay. Einen Moment. Okay, ich gehe nochmal nach oben. Und dann kommen wir auch mit Schwung... Kommen wir dann da hoch. Hoffe ich ja mal. Wieso explodiert das dann da? Und... Weil jetzt eigentlich hier... Hätte ich noch rüber gehen müssen. Oh, da ist nochmal ein Reifenstapel. Habe ich gerade gesehen. So, einen Moment. Ja, jetzt bin ich aber nicht nach oben gekommen. Das mit dem Explodieren, das irritiert mich gerade so ein bisschen. Einen Moment. Oh, mir gibt es ja gar keine speziellen Fähigkeiten diesmal. Finde ich. Das eine ist immer größer geworden. Das andere Mal konnten wir höher springen und so. Aber hier gibt es irgendwie nichts. Bis jetzt. Eigentlich wollte ich gerade da hoch gehen. So. Okay, einer fehlt noch. Ähm, Moment mal. Ist irgendwie ein Loch? Kann man da durchspringen? Sieht so aus. Dann können wir oben auch hier rumkranken, um die Ecke und so. Ähm, ah, da drüben ist das eh. Gerade gesehen. Oh nein, da muss ich... Obwohl, ja, den Sprung hätte vielleicht geschafft. Ich weiß es nicht. So. Hätten wir das auch hinbekommen. Wie ist doch schon meine Combo weggegangen. Keine Ahnung. Egal. Eigentlich wollte gerade aus dem Menü raus, aber irgendwie hat das dann doch noch gepackt. Alter, ich komme nicht hoch. Und was die Explosion sein soll, also... Da kann man doch sicherlich irgendwas machen. Ich weiß es nicht. So, Moment. Ne, hier sind... Hier, ne, hier war... Ah, ah. Wollte schon sagen, hier waren wir eigentlich schon mal. Komme ich da nicht hoch von hier so aus? Ne, irgendwie nicht so ganz. Das klappt auch gar nicht von der Position her. Nein, verdammt. Mit dem Slam zu lange gewartet. Wahrscheinlich unser letzter Stapel. Dann noch die DVD. Nein, verdammt. Und dann einmal auf die Grindstange genau gekommen. Immer wenn ich nicht genau drauf kommen will, dann komme ich drauf. So, einen Moment. Hä? Ist das der Stapel jetzt weg? Habe ich den bekommen? Alle Reifeln scha... Das habe ich irgendwie gar nicht mitbekommen. Kann das sein? Okay. Komische Sache. Wir brauchen noch die blöde DVD. Vor allem eigentlich ist ja oben drauf und ich war unten. Auch vielleicht hier mit der Lichtschiene da. Das soll jetzt eh nicht reichen, oder? Ah, doch. Okay. Wir kommen eigentlich so hoch. Gedacht mit so wenig Schwung halt, dass es nicht reicht. Jetzt bin ich komisch, weil sie nicht hochgekommen. Ah, wieso so langsam? Gib mal ein bisschen Gas. Ja, super. Nein, Moment mal. So, eigentlich geht die Kombo so, dann so. Ja, komm, jetzt machen wir die Kombo einmal. Na, verdammt. Die war richtig gut. Dann hier so drüber. Weiß nicht, ob der Heli dann so wegfliegt wie damals. Der ist ja, wenn man über die Rotorblätter rübergegangen ist, ist ja weggeflogen. Kann ich mir auch vorstellen, dass es hier auch so ist. So, Moment. So. Irgendwie habe ich es. Ne, doch. Und er fliegt los. Ich glaube, ich kann mich drehen. Oh, come on. Ah, er fliegt nicht los. Ach, komm. Damals ist er auch losgeflogen. Er ist ja einfach durch die Decke durch. Er hat die Decke kaputt gemacht und ist schon durchgeflogen. So, Kombo erledigt. Jetzt brauche ich noch die blöde DVD, gell? Steht frei. Schaffe ich das über die Rampe oder über den Grind? Ah, okay. Über den Grind kommt man natürlich nach oben. So, einmal von den kleinen Sachen alles erledigt. Jetzt kommen nur noch die ganzen Missionen einmal. Da können wir doch mal reinschauen, was es da Tolles gibt. So, angefangen natürlich mit dem Highscore 750 als Amateur. Okay. Oh je, ich weiß gar nicht. Vor allem, wo ich am besten die Punkte machen soll. Habe ich jetzt gerade gar keine Ahnung, wie ich es am besten machen soll. Ich fahre jetzt hier einfach mal so ein bisschen rum. Na, verdammt. Kombo versaut. Hat leider nicht gereicht. Eigentlich können wir da rüben auch mal in die Pipe rein. Oder hier grinden. Auch ganz lustig. Eigentlich kann man hier hin und her, oder? Ah, verdammt. Den Sprung versaut. Eigentlich kann man da immer hin und her grinden. Würde sogar funktionieren. Hier gegen die Wand dann wieder umdrehen. Da kriegt man hier auch richtig viel zustande. Aber wenn man halt immer das gleiche macht. Wieso kriege ich hier den Sprung nicht hin? Verstehe ich nicht so ganz. Ah, verdammt. Nicht geklappt. Aber hier ist es halt auch ein bisschen übel, oder? Weil die ein bisschen weit auseinander sind. Wieso kriege ich den Rewert nicht hin? Ich verstehe es manchmal echt nicht. So, ein Moment. Das werde ich eh nicht schaffen, oder? Wenn ich mal so schaue. Nein! Gib Gas! Ich vergesse immer den Rewert. Das ist abartig. Dass ich den immer vergesse hier. Ja, vor dem... Wolle ich hier stehen bleibe? Doch, jetzt hat es gerade mal funktioniert. Ah, eigentlich wollte ich grinden, aber... Naja, egal. Fangen wir mal, wie viel mir noch fehlt. Ich meine, okay, ich habe jetzt auch ein bisschen... Teilweise rumgespielt. Aber egal. Oh. Ah, es hat immer neu angefangen. Einmal hoch. So, über den Heli. Oh! Nein! Hallo, was geht jetzt ab? Es bleibt einmal hängen. Auch ganz gut. Ah, ich wollte hier noch den... Guck mal, ich habe doch sogar noch den Menu gemacht. Plus Menu. Eigentlich hätte es weitergehen müssen, aber... Ich glaube... Fürs erste war es das Mal. Das Spiel hat sich aufgehängt. Keine Ahnung, der Heli... Hört auch gar nicht mehr auf. Warum so? Eigentlich hört er immer wieder auf, aber... Naja, egal. Oh! Okay, es hat sich doch noch gefangen. Alles klar. Ich weiß halt nicht, wo ich am besten hingehen soll. Das ist eigentlich mein Problem. So, oh. Gerade so. Geschafft. Eigentlich muss ich nur gucken, dass ich halt... Viele Dricks mache. Dann ist das eigentlich gar kein Problem. So, wie geht es weiter? Oh! Ah! Gegen die Wand! Das ist jetzt unfair eigentlich. Weil ich mich jetzt gar nicht bewegen kann. Oh, auf der Stelle! Auf der Stelle! Bringt auch nichts eigentlich an sich, aber... Naja. Egal. Nein, ich wollte in die eine Richtung grinten. Hat nicht so ganz funktioniert. Mit dem Richtungswechsel. Oh! Ui, 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 damit... Darauf war ich auch gar nicht gefasst gerade. Naja, egal. Wieso habe ich eigentlich gerade den Grint gemacht? Aber egal. Ne, den Grab war es. Irgendwie habe ich den Grab reingebracht. Eigentlich müssen wir hier noch so einen Flip reinbringen. Dann könnte man noch eine höhere Combo machen. Da, jetzt! Und... Oh, jetzt war ich nicht drauf gefasst auf den Grint. Weil ich mir gedacht habe, irgendwie verkackst es natürlich wieder. Alter! Wie ist es aber so spielen, wenn es verleckt? Das gibt es ja nicht. Alter, ich komme nicht auf die Stange. Gibt es ja gar nicht. Guck mal, jetzt hat es schon nicht geklappt. Ich verstehe es nicht. An der Stelle irgendwie spackt es. Keine Ahnung. Was das sein soll. Äh, okay. Und dann mache ich ein Wallride. Auch interessant. Autsch. Okay. Eigentlich wollte ich Grinten. Aber es hat aber nicht so ganz funktioniert. Leider. So. Jetzt ging es plötzlich. Okay. Alles klar. Ah, jetzt mache ich den Flip dazu. Und... Ich habe noch eine Chance. Oh. Ah, nicht wieder. Nee, nee, nee. Jetzt hängt es wieder auf. Und auch nicht. Okay. Alter, wie viel brauche ich? Ich habe jetzt so 55.000. Ja, toll. Das schaffe ich eh nicht. Ah, und dann der Menu so. Hat es den so nach oben geschossen?